Also das hat alles Spaß gemacht, vom ersten Training bis zum Event am 18.9. Ja, das war der Hammer. Sowas habe ich im Boxsport noch nicht erlebt. Ich stand noch neben dem Ring, ich hatte noch nie diesbezüglich Training, noch wusste ich, worauf ich mich eigentlich einlasse, aber der Gedanke daran, dass es so ungefähr, habe ich mir vorgestellt, wie als Kind einmal in so einem geilen Stadion spielen zu können. Also fußballerisch habe ich es nie geschafft, also dachte ich mir, na gut, dann gehe ich halt auf den Weg rein, ich boxe einfach. Ja genau, Person A hält auf, Person B auf drei. Ja, meine Damen und Herren, der tatsächliche Spiel ist für euch, für ihr Werden. Ja, meine Damen und Herren. 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 Sieger nach Punkten ist der Kämpfer in der blauen Ecke, Lars Grening. Komm her, komm! Untertitelung des ZDF, 2020